Das war wirklich ein reines Damage-Team jetzt, ne? Wir? Ne, ich mach kein Damage. Ich bin auf Death. Mit Krux? Ja. Full Death. Ich hab auch neun Skill mit ihm. Ich kann die zwei Stäbe so aneinander halten und mach ein Schild. Oh, ich hab schon lange kein Krux mehr gespielt. Ich freu mich total. Noch. Ich gebe dir zurück. Okay. Okay. Haha, ich schrie mir. Okay. Aber, please don't hurt me with your rocket. With your hart and fiery rocket. Mir war gerade irgendjemand im Dschungel. A little less conversation. Do you grab ward 2, or should I? Minions are falling. Er hat dich gerade gefragt, ob du den... ...zweiten ward setzt, oder er soll. Irgendwie sowas. Probier's einfach. In dem Deck hab ich keine wards. Ja, dann sag ihm einfach, dass er da soll. Er fragt halt dich, nicht mich. Schrei hin. Do what you want, my friend. Ne, auch wieder Quatsch. Dann weiß er trotzdem nicht Bescheid. Hm, gut, ey. Zwei Fernkämpfer, so mag ich das. Zwei Fernkämpfer, so mag ich das. Ich hab ihn gerade einmal in der Mitte gewöhnt. Okay. Naja, weil sie ihn gerade einmal in der Mitte gewöhnt haben. Okay. das war wieder drüben los fehlort nicht viel immer bloß der letzte schützen wird der an hätten können der an hat an den kann du kleiner Dekofield Nicht. Ich find's so geil wenn er sich feiert. Das ist immer eine gewohnte Abwechslung wenn Veska gut drauf ist während dem Match. Kommen wir gleich rüber Taylor. Jo. Jetzt ist er bei mir. Jaja. Er dauert noch lange keinen Shot. Komm mal ran hier. Go Regen. Guck mal hier der bietet den Regenwort an. Mhm. Lol. Achso. Ja. Game is fucking good. Ich glaube ich schon am Start. Decker rüppelt irgendwo im jungle rum. Ich glaube ich schon am Start. Und dann zu mir, zu mir. Ich bin gerade ulti-ready geworden. Fuck. Nein, ich komme nicht weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das Dekker bei dir? Der Dekker ist bei Murdoch. Ich schlag nicht mehr zu, Dekker. Fucking Wichser. Keiner Wichser mehr. Keiner Wichser mehr. Der Dekker ist weg. Der Dekker ist weg. Mitte. Was? Failort, 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 Failort! Nee. Hab full life. Ich wollte den Assi holen. Rechts der Tower. Links meiner auch gleich. Ja. Ich geh rechts. Mehr. Mehr. Müll. Mehr. 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 haben wir den Sparrow gekonnt? Nee, die haben den Ward Key gefunden. Machen den Gold oben, oder? Mhm, ja genau da hab ich meinen Ward reingepflanzt. Versuchst du von hinten? Komm mit, warte, warte, warte. Ja, er kommt auch grad. Ja, weil er nicht checkt, was die denn hinter ihm ist. Hm, ich geh zurück. Komm mit! Komm mit! Zattend! Puh! Zadat! Puh! Zadat! 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 Kamera kommt zu dir Harry Ja Okay 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 Nach links kommt wieder Okay Decker Gönn dir Failort Gönn dir Oh nein Gönn dir nicht Gönn dir Gönn dir fehler Also ich Ich habe mehr angst um mein leben gehabt gerade Gönn dir Gönn dir Dann konnte ich da rausbauten das wusste ich auch nicht dass es funktioniert Jetzt Du Wirst du nur das wissen Du wirst du nur das wissen Oh nein ich habe sogar ein Wort dabei Und wenn ich mal meine Minions halte Oh Bitte Kriegt er das hin Ja Ach der Tower hat noch gestanden Lol Jetzt muss ich weg Er ist getraubt Dschungel Dschungel Links ist abgehauen Zur Mitte oder so Komm rüber Ne links fehlt Also die sind zur Mitte oder so Einer davon hat auch nicht mehr so viel Einer davon hat auch nicht mehr so viel Einer davon hat auch nicht mehr so viel das und links sind zu worten alle warten alle dabei Oh, die hat ja aktiven Aufwand. Ich hab gedacht, hier ist noch ein Dings. Keine Mana muss zurück. Ja, alles gut. So lange kann der linke Tower von selbst machen. 1A abgebrochen. Hat sie geschrien und wollte ihn töten. Doch da musste sie auf meiner Pfeife flöten. Die hat ziemlich auf einen gedrückt. Nee, die hast du nicht gehört. Das war nur ihre E, die du reingedrückt hast. Der Schrei? Den Schrei hab ich abgebrochen. Die war zwar auf dir, aber du hast den Schaden nicht kassiert. Oh, ja. Warum sagt er denn sonst Nice Pull? Ist egal. Er hat mir zugeguckt. Er sieht das. Ah, derjenige, der, den es passiert, der magt selbst nicht. Ich habe ihn gemerkt. Das war's für heute. Links fehlt, Handmitte. Er guckt auch nicht, ne? Bis ich da bin, ist eh schon zu spülen. Oh, ey, meine Frösse. Lass ich doch ein bisschen nochmal stunnen. Renn? Zu mir? Mein Gott. Alter, danke. Danke, Murdoch, du Fotzenkopf. Alter, er hat alle Camps gemacht, Mann. Ich, ich glaub's nicht. Er lässt sich wegrecken, oder? Oh. Alter. Nein. Ich fang die Schüsse von ihm an. Oh mein Gott. Oh, hol die Theater in der Mitte. Oh, der geht rein. Er lässt ihn wegkommen. Ich fang die Arbeit. Ich fang die Schüsse von ihm an. Oh, das ist größer. Ja, das war das alles. Du bist bester. Ja, ich fang die Schüsse von ihm an. Was ist das? Ich habe keine Mana. Oh, ich habe hier noch eine die 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 Über hier der Watt. Da vorne Komm sich an oder? Ja, gut. Einer für vier. Passt. Einer für fünf. Nee, okay. Ich dachte, er ist ja gerade noch gestoppt. Als ob der erst mal feiert. Wer lebt noch? Pass auf, der kommt rüber, ne? Der macht gleich nur holt in euch. Ich frage ihn ja gleich. So auch nicht. Was ist das denn für feige Ratte? Vielleicht hat er sich gewasted am linken Tower. Ihr seid eingesperrt. Oh, oh, oh. Ich renne weg. Aber dafür ist er nicht down. Ja. Ich bin total auf die Decker-Ulti. Richtig gut gesetzt, kann hier richtig was. Richtig. Ich muss links. Kann ich auch gehen, wenn du nicht. Nö, alles gut. Baron muss kaputt gehen. Die hat schon wieder richtig Power drin. Ich komm dazu. Und er fickt, er fickt sie, alter Junge. Ja. Fuck. Er geht drauf. Ach, das war gar nicht unser Turm hier. Was? Ich dachte, der Chimera hat unseren Turm hier gekriegt, aber das war der rechts drüben. Ja. Jo. Ja. Also ich mach eh, dann mach du den ranziehen. Hm. Vorsicht, linker Fahrt. Warte mal, warte mal. Da fehlen Gegner. Ja. Alles gut, ich möchte jetzt nicht drauf gehen hier. Noch sind wir im Vorteil. Da siehste. Da siehste. Nö, noch eine. Rausgeholt. Komm her. Boah, ich bin weg. Hallo, komm. Die sind alle wieder da. Aua. Komm in die Mitte hier ran, ich bin da. Ich seh durch. Oh oh. Wartet. Nein, der Stein. Kamira ist hier. Aufpassen. Oh mein Gott. Wie lucky ist denn der Shade bei Mera? Alter, ich muss weg. Ich muss ganz dringend weg. Ich muss ganz dringend weg. Dann brauchen wir wieder. Das ist großartig. Aber ich nehme 1, 2, 3. Beispiel 1, 2. Ich nehme 5-3. Hier. Da, ich nehme 5-3. Ich nehme Vem mit. Ich nehme vre, ich nehme mir zu. Und die kommt, glaube ich. Ja, hier ist eine Contest bei mir im Dschungel. Ja, ich habe Sparrow und Decker bei mir. Das schaffe ich nicht. Okay, Leute, lauf, lauf, lauf! Ja, die hat keine Ulti, die hat alles an mir gewastet gerade. Ich wusste nur nicht, ob jemand wegkommt. Naja, sonst wäre ich draufgegangen. Schutztotem zur Hauptkugel. Wer soll das denn machen? Decker kommt Mitte! Oh, oh. Oh Wix. Ah, scheiße, die Notenfurcht noch nicht picked. es läuft keiner mit oder was alter ich dachte wir wären alle das dachte ich auch ich dachte wir gehen jetzt auf den kern den hätten wir gehabt ich bin voll darauf gegangen gerade hat von denen jemand rüssel doch ich habe schon ein bisschen durchdringen 28 standard rüstung hat er und decker hat auch rüstung die rechts mal gucken wenn der vorne bleibt dann gehe ich instant jetzt drauf ja 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 na ja ja Denk bitte dran, dass nicht nur du und Contest noch bestehen da, ne? Das ist noch ein Gideon, ein Chimera. Das braucht uns nicht sagen, dass Sparrow first target ist. Das war eine schöne Bubble-Mine, wie auch immer. Warum wastest du denn dann auch deine Ulti für die scheiß Minions da? Weil ich kann. Deine Coup müsste die doch auch mit einem Schlag schon fertig machen. Bei 420 getagged oder 470. Aber ich brauche noch mehr Power. Da hol dir doch ein Gold zwischendurch. Nein, ich brauche mehr Kernschmelzen. Achso. Ich habe keinen Platz mehr für meine Kernschmelzen. Ich bin nur auf Kernschmelzen. Leben die alle wieder? Ja, pass auf. Vorsicht, linker Pfad. Ja, links ist wieder. Okay, mehrere von Mitte. Contest im Dschungel. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, hey, hey. Raus aus meinem Dschungel. Hi. Ja, natürlich geht das auch gegen Bots. Äh, okay. Ich brauche jetzt was links. Wir kriegen gleich Besuch hier in der Mitte. Ich weiß, das muss man kurz ansagen. Richtig. So wie Smite halt, ne? Der läuft uns hinterher, der kein Meerer, der will ganken. Ja, na, ja. Hä? Oh, oh. Oh, nee. Alter. Yee-hye-hye. Nice. Contess ist wieder da, die hat Ulti. Ja, ja, ich weiß, ich muss weg. Alter, die Haut schaden raus, die Alte. Die fickt ihr einen nach dem anderen. Läuft stabil? Ja, das läuft schon lange stabil. Da so wie ein Feuer, meine Freunde. Ja. 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 Ja, guckle da oben oben. Wer, ich? Nee, nee, hau hier gerade. Ich habe gerade gedacht, soll ich jetzt drauf gehen? Oder was macht er? Oh, die gehen glaube ich zur Hauptkugel. Das ist doch ein Ward. Nee, der steht hinter der Wand. Der hat irgendwer ganz scheiße gebläst. Ja, das ist bei der Kugel. Die machen nur. Uuuuh. Vorsicht. Und jetzt alle töten. So, der hat auch noch nicht. Oh, Kamera bei mir. Ja, komm her. Hey, zu spät. Ich bin down. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich brauche noch ein bisschen was. Einen noch. Gerade an der Mitte. Muss ich hier pushen. Muss ich hier pushen. Wicht. Flop. Und sechs. So, fuld. Sechs für sechs macht zwölf. Passt. Ohhhh. 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 Die kommen. Yep. Fast. Fast. Bitte rennt Chimera vor. Da, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. flop. Wo? Wot the fuck. Ich bin durch die Kugel von Dingy gesprungen. Von unserem Gideon. stand auf einmal da mitten im turm ist das geil ich brauch den live rack von ja das war's ich brauch gar nicht mehr hinlaufen bin jens solltest du doch Ich will noch draufhauen, uuuup Alter Nein, die Sparrow hat mich noch reingeholt Wer hat sich von der töten lassen, Schweine Sechs mal Gärtschmelz Und du, ich hab aber auch meinen Ward rausgehauen jetzt am Ende Ich dachte, ah nee, Combat Damage Sonst hätte ich die Sechser wünschen, die die Klinge rausnehmen sollen Dann hab ich gedacht, nein, nein